Wir wünschen schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr bis im Jahr 2021. Tschüss! Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch auf diesem Blick eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Lasst es euch gut fühlen, vor allem Gesundheit. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr auf den zahlreichen Kursen oder Einzeltraining oder am 29. September vor uns in Schönberg auf dem E-Q-Day treffen. Tschüss! Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein glückliches und entspanntes neues Jahr. Wir wünschen euch wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.